Herzlich Willkommen zu Track by Track mit... Ja, glätt. Ich kann dir mal zeigen, was er kann hier. Genau, das ist hier... Ein solotrack, eigentlich muss ich einen YouTube erzählen. Solotrack. Ja, das heißt Track by Track halt. Hier Eiersalat. Ist auch wieder eine geniale Idee von Simon E. Weil das ist so der König des Hochgenusses. Neben dem Fleischsalat ist ja ganz klar der Eiersalat. Und das hier... Eiersalat. Eiersalat, das wir in der Tasche haben. Eiersalat. Eiersalat. Und dann halt auch noch... Fischte Karpfühler. Ich feier Spagat. Das Resultat Eiersalat. Wer hast du da gefunden? Schweizer... Ne. Schweizer zum Neen. Aber der steht gar hier. Eiersalat ist nicht der Chef. Bäh. 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 Hallo. Eus verarscht, oi, 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 ei, Schwäbisch, aha, machen wir euresalat, oi, kann auch sein, aber eher unbewusst, vielleicht sogar, unbewusst, ja, das ist auf jeden Fall nicht, das ist auf jeden Fall nicht, das stimmt, mein einziger Beifrag war, ob die, und, ne, bei der Spagat, das ist total eisalat, genau, danke, nächstes Blieb. Verstehen Sie Spaß? Verstehen Sie Spaß?